Hey meine Rar-Bauken, heute müssen wir das heftigste Haustier aller Zeiten züchten. Vielleicht einen heftigen Löwen oder einen dicken Elefanten oder vielleicht auch nur eine krasse Haus-Killer-Katze. Mit dabei, Zebro! So, also Leute, ich habe hier einige Booster am Start. Ihr seht ja schon, Triple Damage, Triple Shiny, Triple Pet Experience, Double Hex, Double Lack. Double Lack im Leben kann man immer gebrauchen. Oh, das ist ja toll. So, warte, man muss auf seine Insel. Das geht hier über den Teleport. So, bumm. So, jetzt sind wir hier auf unserer Insel. Hier sind die Boss-Haustiere. Das sind Bosse. Die muss man killen. Bam, bam, bam. Jetzt habe ich den ersten gekillt und habe 66 Stärke. Also, die wären natürlich immer stärker. Ganz klare Nummer. Für diese, äh, ja, Damage, was man jetzt hier kriegt, kann man sich Haustiere holen. Ich habe aber schon... Ah, der hat das auch mit den Aufwerten hier, ne? Ja, wenn wir 15... Für 15... Ah, da kriege ich das Beste. Für 15 kriege ich das Beste, okay. Aber wir haben tatsächlich schon zwei aus denen. Ich glaube, die haben wir geschenkt bekommen oder so. Äh, nee, einen habe ich, aber der hat Stärke 2, okay. Und der hilft mir jetzt dabei, den anzugreifen. Seht ihr das? Hier? Bam, 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 bam. Der kippt den einfach Kopfnuss. So, zweiten Boss fertig gemacht. Es gibt auch Quests. Mhm. Ähm, die muss man starten, ne? Äh, nee, nee, die musst du nicht starten. Oh. Doch, der steht Start. Nö, ich glaube nicht. So, wenn ich... Ah, complete. Ah, wenn ich Start drücke, dann zeigt der mir einfach nur ein Pfeil an, wo ich... Ach so. So, zeigt der jetzt... Ja, zeigt der auf die Insel. Ist ja so sinnlos. Kann ich das wieder beenden? Ich möchte bitte, dass der weggeht. Ja. Ja, wir sollen auf jeden Fall drei Eier ziehen. So, das können wir ja auf jeden Fall auch machen. Wir könnten jetzt auch schon fünfmal Rebirth... Machen wir mal. Pff, bumm. Ich habe ja eh nichts gekauft. Sonst habe ich 50 Gems dafür bekommen. Und einen sechsfachen Damage-Multiplier habe ich außerdem bekommen. Also, Rebirths sind sehr, sehr günstig halt, ne? Oh, du kannst nicht alle Eier einfach kaufen. Du brauchst die entsprechende Insel dafür. Wie schalte ich den? Sind frei. Kaufen. Für Gems, die du durch Reversen bekommst. Alter, ich habe 1000. Bum, 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 bum. Easy. Wie oft kann ich jetzt Rebirthen? Alter, wir gehen auf 1500. Boom. Zehn Rebirths reingeschallert. Ey, ist es so teuer, sich einen Trade zu kaufen. Einfach 500.000 oder so, oder? War das so? Das ist ein Trade, was ist das? Dass du Pets traden kannst. Ah. Ja, okay. Naja, macht Sinn, ne? Oh, das ist neu. Das ist das Heftigste. Das habe ich gelesen. 100.000. Oh, ja, Moment. 2.400. 45. Das ist schon mehr in meinem Budget, sage ich mal. Wir holen uns 45. Bum. Oh, wir müssen erst die scheiß Insel freischalten. Ja, das war das, was ich meinte. Okay, dann holen wir uns erst das. Aber das ist ja das, was ich auf meiner Insel auch habe. Das ist aber ein besseres Pet tatsächlich. 3 Damage. Die können auch im Level steigen. Guck mal, der ist schon Level 3 von 15. Aber hat trotzdem denselben ... An 10.000 kostet nur die nächste Insel. Hat trotzdem denselben Damage. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, was mir das gebracht hat, dass der im Level aufgestiegen ist. Wo muss ich denn jetzt hin? Auf Pet Collection. Ja, das ist dann ... Ah, okay, hier. Wir haben die zwei schlechtesten, Alter. Das ist ja auch bitter. Premium, Legendary, Limited. Gibt es auch sehr, sehr viel. Leaderboards. Nee. Gemshop. Da muss man rein, ne? Äh, ja. Ah, Rebirth Boost. Unlocks. Hier kann man traden. Okay. Mehr Luck. Mehr Pet Equipped. Experience Multiplier. Shiny Wahrscheinlichkeit. Ja, aber hier kann ich doch ... Ah, hier Unlock. 10.000. Ach, Gems 10.000. Du musst dich rebirthen ein paar Mal. Ja, ein paar Mal ist gut, ey. Vergesst an der Stelle übrigens nicht eine positive Bewertung dazulassen, wenn euch das Video gefällt. Und ich hoffe doch sehr, dass euch das gefällt. So, wir haben Quests abgeschlossen. Die geben mir ... Die geben ... Alter, du musst unbedingt die Quests machen, Evo. Ja? Die geben Boost. Stimmt, das hatte ich gelesen. Die geben Boost. Oh, aber nicht so lange. Jetzt habe ich Double Hedge Speed. Ja, okay. Das ... Na, Double Hedge ... Boah, ich mache so viel Damage schon jetzt. Ja. Autoclick, musst du das kaufen? Natürlich muss ich es kaufen, die Geldkeilen. Das kannst du im Shop holen. Für 1.000 Gems, glaube ich. 1.000? In diesem Gem Shop. Ja. Oder 10.000, ich weiß nicht mehr. Ich muss mehr Rebirths kaufen. Ich kann gerade mal 30. Das ist viel zu wenig. Ja. Ja, wobei wenig. Ich mache schon ... Also, das kostet halt 35k. Die mache ich schon relativ schnell. Gerade bei meinem Multiplayer. Ich habe jetzt schon 76. Das geht natürlich auch immer schneller jetzt. Ja. Also, es wird zwar auch teurer, aber es wird nicht so viel teurer, wie mein Multiplayer steigt. Ich habe 106 Multiplayer jetzt. Er hat vorhin freigeschaltet. Boom. Ich muss ja gefühlt, es ist nur noch dreimal drücken. Wir haben 11.000 Gems, Alter. Multiplayer von 1.400 in 1.600 inzwischen. Oha. Okay. Jetzt können wir uns ... Ah, ich habe etwas falsch gekauft. Hier, das wollen wir uns kaufen. Genau. Babam. Okay. Wir haben die nächste Insel freigeschaltet. Renewed. So, wir sollten auf jeden Fall ... Auto-Rebirth. Kann man sich auch Auto-Rebirth kaufen? Oh, ich weiß nicht. Darauf habe ich nicht geachtet jetzt im Shop. Ich gucke da gleich mal nach. Nee, ich glaube ... Ich bin gerade im Shop. Weil ich hätte hier wirklich ... Na, warte. Wir müssen auf jeden Fall hier diese mehr Rebirth-Option kaufen, damit das hier ... Damit wir ein bisschen Zeit haben und nicht alle zwei Sekunden drücken müssen. Nee, scheine ... Nee, gibt's nix. Oh, gibbe nischt. Kann hier Damage-Multiplier. Kann ich mal holen, das ist nicht teuer. So, jetzt gehen wir mal auf unsere Insel. Wie sieht das jetzt hier aus? Boom. Ah, Schneeinsel. Okay, jetzt ... Oh, die Bosse sind schon heftig. Schau dich das an. Ist jetzt das Ei automatisch getauscht? Ja, ja, ja. Man hat jetzt hier ... Ah, man kann immer auf der Insel sehen, was das beste Dings ist, was man hat. 20 für das Rare, Alter. Da kriege ich das ja eher selbst. Ja, wahrscheinlich selbst. Ich kriege dreimal dasselbe, das billigste. Hey, so, wie bist du das, gell? Oha. Oh, jetzt habe ich einen Pinguin. Einen Pinguin. So. Der hat acht. Der hat acht. Okay, 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 okay. Wir anequippen den. Anequippen den. Wir können eigentlich alle anequippen. Boom, boom. 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 Easy. Ja. Dann ist ... Also nochmal. So. Wir können zurück. Hier müssen wir nicht weiter zugucken. Jetzt müssen wir eigentlich nur ... Na, erstmal müssen wir ... Oh Gott, Alter. Ich hätte mir hier schon ganz, ganz schnell reberfen müssen. Ich muss unbedingt hier ... Boom. 37.000. Wie ist das so teuer? Joa. Okay, jetzt muss man wieder reberfen. Ich habe hier gerade noch entdeckt, es gibt einen Star Shop. Receive Star Tokens. Ach, wie lange man das spielt. Ah, guck mal da unten. Warte, da kannst du collecten. Oh ja. Ah, 5 Minuten 15 Minuten. Wow. Nice, wie viel ich habe? Ich habe 35. Okay. Fünfmal Pet XP Boost. Aha. Dreimal Damage. Ah, das habe ich alles schon. Ice Cream Sandwich. Ah, 2600. Ja, moin, Alter. Heavy ist nach 120 ... Okay, so lange werden wir jetzt ... Ja, das kannst du halt täglich nur wahrscheinlich verdienen. Wir schwingen schon voll lang. 42 Minuten? Ja, aber wie lange brauchst du dann das Ice Cream Sandwich? Da brauchst du ja 100 Jahre, Alter. Ja. Und den anderen Kram brauche ich nicht. Das habe ich alles schon. Scheiße. Schade. Ich dachte, ich habe etwas richtig Cooles entdeckt. Wir müssen reberfen. Bam. 100.000 Jammerinos. Am besten, ich kaufe mir ... Hm, das dauert jetzt schon ganz schön lang. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Rebirth-Option jetzt erst mal brauchen. Ich glaube, ich hole mir jetzt die nächste Insel. Kann ich mir die ... Wie toll ist die nächste? Äh, boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die war gar nicht so teuer. 1,2 Millionen, wahrscheinlich nicht teuer, oder? Ach so, sorry. Okay, für mich war es gar nicht so teuer. Fähn wir gerade auf. Tut mir leid. So, ich hole mir erst mal so den ganzen Billig ... Ja, wahrscheinlich gibt es hier viel Billig-Kram, oder? 150.000. Ich kann reberufen, gleichzeitig Pads ziehen. Ja, das ist witzig. Oh, Mann, ich will das Rare haben, Alter. Wie kostet denn die nächste Insel? Wieder. Gleich habe ich es freigeschaltet von selbst. Ich habe es halt für real bald freigeschaltet. Als ob man das nicht sieht. Ich habe jetzt schon das 15. Ja, gut, ne? 16. 16. 17. Ich schalte es wirklich so frei, ne? Oha. Ich schalte es runter. Oh, nein, wollen wir nicht. Jetzt das letzte. Alter, die nächste Insel kostet 20 Millionen. Habe ich es jetzt gekriegt? Ja, ich habe es jetzt wirklich gerade so freigeschaltet. Boah. Hä, wie viel Pech kann man haben? Ja, ne? Welcher ist denn das hier? 18. Oh, 18 ist schon heftig. Also, okay, ich habe ein Robuxen-Bett. Das gibt 200. 200, aber so insgesamt, dafür, dass das ja gerade mal das zweite A ist. So, jetzt haben wir die Pads nochmal. Ah, warte, ich kann doch hier, hier, Schein. 10 braucht man dafür. Aber den können wir schon nicht machen. Der hat jetzt, oh, 12. Aha. Dann nehmen wir den. Der sieht ja viel schicker aus, bestimmt. So, okay, den können wir leider nicht. Da brauchen wir, da brauchen wir, da brauchen wir, da brauchen wir, da brauchen wir 10. Da brauchen wir auch 10. Die haben wir nicht. Okay, ja, die können wir alle nicht shiny machen. Für den braucht man nur 4. Ja, es wäre eigentlich übelst cool, den shiny zu machen. Den gekauften, weißt du, aber egal. Ich frage mich, was daraus wird. Also, ich habe viel sogar von denen. Aber ich habe einen Schinny gemacht, das andere, wo du 10 Stück zusammengetan hast. Und da hast du einfach nur das Doppelte bekommen. Ah, dass das so nachs Minus quasi ist, macht Sinn. Ja. Nee, dann mach lieber nicht, Evo. Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen gewastet. Nachdem Evo sich nicht getraut hat, machen wir jetzt die 4 Premium Pads. Alter, wie heftig, die steigen durchs Level, ne? Ja. Der shiny. So, er hat 200, er hat 200. Bitte hab mehr als 400. Please. Eigentlich müsste er mehr als 800 haben. Ja. Gönn. Ja, moin, 400. Völlig über. Ich habe es doch gesagt. Ich werde absolut über den Tisch gezogen durch von Evo. Evo hat gesagt, es ist nicht so. Hä? Lüge. Oh, Mann, ey. Ich habe Trading jetzt freigeschaltet. Ja, aber ich nicht. Mann, ich meine, ja, der ist schon heftig und so. Ja. Aber vielleicht durch das Level, vielleicht, also, weißt du? Vielleicht kommt er übers Level. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Dann guck mal, wie er beim Level Upgrade kriegt. Ah, warte mal, ich kann dir mal sagen. Ich habe meinen jetzt auf Level 25. Ah, 5, oh, Scheiße. Oh, mein, der ist Level 25 und hat 272 Damage. Also, er hat 72 Damage dazubekommen. Bumm. Interessiert mich nicht, Evo. Ich habe mir die Wüste gekauft. Ah. Hehe. Okay, neue Insel, neue Pets. Wie sieht es hier aus? Epic. Übrigens, das Lack gilt nur für Legendäre, vermute ich mal. Ich kann euch ja gleich zeigen, warum ich das vermute. Ab wann gibt es die denn? Also, ab wann sind die... Ah, okay, okay, okay. Ah, äh, Aquatic Island. Die, die 20... Doch, die die 20 Millionen gekostet hat, die Insel. Also, ich ziehe jetzt 30 Mal das Ei, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Also, ich würde jetzt... Also, eher werde ich das Epic sowieso nicht ziehen. Epic! Hör auf zu ziehen, Bro. Wir bauen das nicht mehr. Ich habe einen Epic. Okay, wir brauchen nämlich noch... Oh, nur noch zweimal. Naja, komm, Leute. Dann holen wir uns noch das zweite Epic ab, Alter. Ich will ein Legendary bekommen. Ja, mein Legendary musst du ja wahrscheinlich 200 Mal das Ei ziehen. Es ist 1%. Wieso habe ich denn nur einmal das... Warte mal. 1%? Ja. Ja, das ist selten. Oh. Ist das aber gar nicht so unwahrscheinlich, muss ich sagen. Okay, Equip Best. Ach, und dann 80 Mal das Ei geöffnet hast, kriegst Legendary. 80 Mal? Genau. Equip Best. So, jetzt haben wir hier die beiden Epics am Stüssel. Nice, 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 nice. Jetzt müsste eigentlich... Oh, ich habe vergessen zu reberfen. Ui, schnell reberfen. So. Wir gehen zurück. Wir können jetzt eigentlich nochmal in den Gem Shop gehen. Ich würde mal gucken, was uns da schön ist. Das hier ist auf jeden Fall günstig. Das ist auch nochmal günstig. Das kaufen wir uns auch eine Rebirth-Option. 100.000 nehmen wir mal mit. Und... Oh, PetXP 100.000. Das müssen wir uns auf jeden Fall jetzt hier auch kaufen. Dann machen wir 1 Tee. Oh, haben wir fast. Oh, ich mache jetzt richtig fett Kohle hier wo, Alter. Ich kann jetzt 125.000 Rebirths holen. Das ist ein Drittel von denen, die ich gerade insgesamt überhaupt habe. Das boostet jetzt richtig heftig, Alter. Pass mal auf. Also, wir müssen ein bisschen warten. Ich habe noch keinen Tee. Los. Boom. Zack. Zack. Oh, nice. Jetzt habe ich vor dem Ziehper mit einem Klick gerade die Insel mir verdient. Also, nicht die, die ich jetzt habe, sondern die, die ich jetzt gerade freigestellt habe. So, PetXP. Ja, 400.000. Wie viel kostet die Insel? 20 Millionen, Alter. Na gut, 400.000 kann man ja schon mal machen. Machen wir noch. Okay. Aber jetzt sparen wir auf die Insel für 20 Millionen. Aqua Island. Bam. Okay. Freigeschaltet. Wir gucken nach, was die... Alter, weil das ist, dass die Bosse immer größer werden? Ach nee, der eine war nur so übelst groß. Hä, da sind mehrere Bosse ineinander. Was ist das, Alter, hä? Das ist irgendwie der alte Boss und die neue... Also, irgendwie ist das ganz, ganz, ganz komisch. So. Wir haben jetzt hier Legendary 2%. Mit Triple Chance haben wir 6%. Abfahrt. Das heißt, es ist wahrscheinlicher für mich, ein Legendary zu bekommen als ein Epic. Also, zumindest auf dem Blatt Papier, glaube ich. Aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem nicht sehen. Es ist halt so heftig. Ich mache mit einem Klick 3,1 Millionen Rebirths. Ich habe gerade mal 9,4 insgesamt. Wir sind auf sehr, sehr großen Schritten auf dem Weg zur nächsten Insel. In der Zwischenzeit, Leute, hat mir Ero ihr Shiny Legendary geschenkt. Also, ausgeliehen, was sie aus dem Ei gezogen hat. Weil du hast immer die Chance, dass, wenn du ein Pad siehst, dass das Shiny auch automatisch ist. Ja, und das war mal direkt so. Das war heftig. Ich habe drei Legendaries, das gekaufte und das Shiny. Das ist schon eine heftige Kombination, auf jeden Fall. Krass. Genau, ich habe auch neue Rebirth-Optionen mir auch gekauft. Seht ihr ja auch jetzt hier. Also, wir sind da auf jeden Fall... Warte, 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 warte. Was denn? Ich sehe da gerade was. Wieso? Ach, doch nicht. Ich dachte, wieso ist hier ein Epic bei mir? Aber das sind die Austiere von dem anderen Kollegen. Ich dachte, ich habe doch gar keinen Epic ausgerüstet. Da haut der das nicht hin. 117 Millionen Gems. Das ist halt 250 Millionen brauchen wir. Das ist halt... Ich bin da schon, Ben. Hast du die schon? Ja, ich habe die mir gerade geholt. Boah. Wir kaufen uns die Vulkaninsel. Uh. Ah, da bin ich auch gerade. Kann es sein, dass man sich gegenseitig nicht sieht? Wenn man dann dort ist? Nee, jeder hat seine eigene Inseliwo natürlich. Ach so. Du bist so doof, Alter. Schade. So, und jetzt können wir hier... Was gibt es hier? Legendary mit 0,5. Ja. Das muss ich... Aber 0,5. Das ist ja mal 3 schon 1,5. Ja. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Kann es sein, dass du schon 0,5 drauf hast? Weil ich habe eine Chance von 0,27. Dann ist das schon drauf. Ja, ich habe die Legendary Chance im Shop nochmal erhöht. Man konnte das ja da kaufen. Wäre es nicht geil, wenn ich mir... Wartet mal. Ja, ja, ja. 0,5 ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wenn du 200 Eier öffnest... Ja, moin, Alter. Warte, wir unterbrechen nochmal kurz. Für eine Werbepause. Wir unterbrechen kurz hierfür. Kann ich mir nämlich noch hier in den Gems Shop... Aber ich hole mir mal diese Shiny-Wahrscheinlichkeit. Die ist ja nämlich gar nicht so gering. Ja. Die ist jetzt 8% bei mir. Okay. 8% ist... Nehme ich. Und ich habe nochmal plus 6% Luck of Legendary. Es gibt übrigens noch bessere als Legendary. Hier steht Legend... Nee, gibt es nicht, oder? Bei Pet Collection ist ja Legendary das Heftigste. Vielleicht meinen die Shiny-Legendary oder so? Nee, Premium. Kann man auch Premium? Sind die alle zum Kaufen? Weiß ich nicht. Okay. Alter, wenn ich jetzt hier das Legendary in Shiny ziehe, das wäre ja so heftig. 8% alter Abfahrt. Legendary. Ich habe gerade in dieser... Also vor einer Sekunde... Evo hat reingequatscht. Ach so, wie weit. Ich habe gerade vor einer Sekunde das Legendary gezogen. Und? Wie viel gibt es? Das ist aber nicht Shiny, glaube ich. Schade. 1.000. Was? Das ist damit doppelt so gut wie das Shiny-Legendary aus der davor. Und 3,3 mal so gut wie... Nee, ach, viel besser. 4 mal so gut wie das Legendary aus der... Okay, warte. Alter, das ist heftig. Aniköp best. Okay, warte, wir müssen alle... Ich habe auch ein Legendary gezogen. Alter, kurz nacheinander. Das ist ja übelst gescriptet. Alter, ja. Nice. Tausend, Alter. Dragon, wo bist du? Ich würde dich in groß sehen. Wir gehen zurück. Wo bist du, Dragon? Da ist der Dragon, Alter. Der ist heftig. Ich muss so viel Eier ziehen dafür, Alter. GG. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, wenn ihr coole Dudes seid. Und dann sehen wir uns. Haut rein, euer Benzer. Tschüss. Tschüss.